es ist ja nicht ein Loch ah, Eis aber ich vergesse immer wie man Zäune macht ich habe gleich die beiden reinvoll ha? die untersten beiden reinvollstext oder die obersten beiden die obersten beiden hat man nicht mehr in diese Diskussion ok, wir brauchen noch zwei ja, ah, zwei haben wir hier hast du ein paar Fackeln? oh, oh, oh was? das hat sich ja gerade komisch angehört ja wir sind so bereit ich? welchen machst du da? ich denke, hast du noch Scheiben ich denke, hast du noch Scheiben? was? hast du noch Scheiben? ne ne das muss die cooler aus, weil ich habe das hier so, dass das Glas durchgängig ist ach so, ja ich weiß gar nicht, geht das bei dem Texture Packen, Alex? was? connecting textures oder wie auch immer das heißt weiß ich gar nicht bedrock toll, ah ja, nice wieso ist das eigentlich bei Glasscheiben nicht so? wie das, wo hast du denn in Sand reingetan? was ist bei Glasscheiben? ne ich meine jetzt den Sand im Sinne von ich hab schon ich hab 64 Glas, sag mal wo sie Fenster reinbacken sollen ach ne, erst mal Scheiben ich muss mir mal kurz brauche ne Axt zack 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 eisen oka hast du bist sehr viel gefunden ey? irgendwie ist das bei mir noch dürfte hier irgendwie 2 1 und die 6 nur auch das so ertragsreich ich gehe mal eine neue Form des Tripmining an und zwar ich buddle alle drei Blöcke mal zur Seite ein Gang einmal 1 sieben weil wir lange man hier schon wieder läuft aus von einem zurecht verschwindet aber auch nur eine Scheibe schlimm genug müssen jetzt gelaufen die andere Seite ich muss auch noch einzeln oder ein kleines ja süß das sieht nämlich scheiße aus ach shit man ich hatte doch jetzt ein Texture Pack mit weißt du mit Vorhängen habe ich dir die mal gezeigt naja das letzte mal glaube ich wollen wir mal das Dach bauen können wir machen aber lieber Mess bauen wollten wir das nicht eigentlich mal aus Bricks bauen oder aus Stein oder so oder so nein wenn dann diese ähm Steinziegel you know die wir im Keller haben 2x2 ähm ja genau also du nimmst normalen Stein um ordentlich zu machen aber die haben wir nicht im Keller dauert auch so lange im Keller haben wir Koppels noch ja aber an den Wänden ach ja ich verstehe haben wir denn so viel unnormales Stein nein wir haben gar keins glaube ich aber auch hier 12 hoho ich habe aber irgendwo mal was reingepackt bin ich der Meinung vielleicht ist es auch wieder weg muss ich hier mal wieder was reinpacken oh ne oh hier ist noch 8 8 Silber und hier sind noch 13 Stein ich habe wir haben ja aber kaum Cobblestone oder ne aber wenn ich und Hauke wiederkommen haben wir auf jeden Fall genug dem kommt man bald wieder ja wir haben noch gar also ich habe zumindest noch kaum was gefunden an geilen Sachen ich habe einen Cobblestone ich meine ich habe nicht mal ein Diamant ne ich würde hier so lange bis ich einen habe ich würde hier so lange bis ich Diamant habe ich mache so Erde weg erst mal Diamant lol Nika was machst du jetzt? was machst du? oh no 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 wir brauchen ja diese Scheiße das ist so kacke ey hier sind doch noch 2 64er Steaks mit den Stein mindestens 2 mindestens 2 jemals lol steinziegel sogar ja meine ich ja ok die nehme ich mal kurz raus und dann geht's aufs Dach ich habe die doch schon rausgenommen ne ich habe die rausgenommen alter Alex ich glaube die Länge jetzt die Steinziegel lol ich hatte die eben noch im Moment also ich habe die hast du auch den normalen Stein? ne den habe ich da reingepackt ja 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 cool alter Alex dauert gar nicht lange bis man hier ist ich weiß aber das könnt ihr nicht so abbauen oder? jemanden? ja oder der Stein-Exte äh Eisen-Exte haben wir ok ich habe noch mal richtig ein paar mehr und hier sind jetzt auch noch welche drin wie viel hast du jetzt? 1 Steak und 16 ok ich habe auch 2 Steaks aber müssen wir nicht auch Stufen machen? ja guten Morgen oder wir versuchen das ohne Stufen ne das sieht doch scheiße aus das sieht doch scheiße aus wir brauchen fast nur Stufen kannst du mir nochmal den 64 Steak geben? den du hast? ja weil dann das hast du dann auch mit jetzt achso du bist an der Kiste ne? äh und ich habe Monster gehört ich habe Monster gehört hier irgendwo am Crafting Table bin ich ah jetzt badadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada ich habe 2x64 jetzt ich habe 2x64 jetzt ich habe 2x64 jetzt du kannst doch mal auf umschalt und äh umschalt und links klicken dann achja ich bin fast runtergefallen da ist eine Spinne ok ok äh achso wir brauchen ja auch noch normale ja im Ofen sind noch ein paar steinziegel normales ja ich weiß da ist normaler Stein drin und da kann man oh man ey ich bin der King ey Alex mir atmen hier die die Zombies quasi direkt in den Nacken ey soll ich mal kommen? ja kannst mal mit suchen bisschen mit wenn wir dann die Höhne kommen und sogar und wir brauchen mal und ich habe keine Fackeln mehr Slabs keine Fackeln mehr? ich habe nur noch äh 6 ey ich mache hier mal eine Workbench ne ey warum willst du denn Slabs? ähm für die Ecken wollten wir da nicht ganze reinhauen? weiss ich nicht ob wir das wollten ich auch nicht das sieht doch kacke aus guck dir das an oder? weiss ich nicht egal ich lass es jetzt mal so gib mir mal ein paar Stufen gib mir mal ein paar Stufen ja warte bum ja wenn du hier reingehst Alex oh ja lol ist das von dir der Cobblestone? ja da habe ich Kohle gefunden kannst du gerne reingraben wenn du willst so hä wie habe ich denn das gemacht? ich bin King über uns über uns ich will jetzt aber auch gar nicht so eine Bokale nach oben oder rechts? nein ja in die Richtung irgendwie ja ich hole mal kurz die Stufe die mir gefallen ist oh lol ach so das ist ja ja lol kannst du mal den normalen Stein mitbringen? äh ich geh aber das Haus aber was ist da auch oder? ja die pflanzen da doch oder nicht? oh cool ah Bad Rock ist unter uns unter uns können die nicht sein ne eigentlich nicht das ist mir doch die pflanzen hier rum was ist denn das? voll die fette Party Disco Disco links hier sie bubele Muschischekel oh die haben wir jetzt auch noch 100% gemacht ne es geht hoch hoch oh ist das hier laut niggas warst du den gebrannt? in den Öfen ganz links und oben bisschen boah ich bin fast runter gefallen hier ist ja auch noch was drin hier ist ja überall so ein bisschen Muschmusch drin hier auch hm hab ich auch gut verteilt ne oh nein ja hast du echt toll verteilt wenn ich in jeden Ofen gucken muss ob da was drin ist ich weiß nur welchen die drin sind ja du ich bin aber nicht die Auskunft ich bin nicht all die Wissen